Hallo Nation, schauen Sie sich an, was Nuri Shahin nach dem gestrigen Sieg gesagt hat. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Nuri Shahin, auf Sky, die Jungs haben sich sehr gut geschlagen, nicht nur im Kampf, sondern auch im Fußball. So stellt man sich das vor. Das war in den 90 Minuten unser bestes Saisonspiel. Der Sieg war sehr, sehr wichtig für den Weg, den wir gehen. Wir hatten Zeiten hier, in unserem Stadion, aber auch auswärts, in Madrid, in denen wir gute Leistungen erbracht haben. Da wir so viele Verletzte haben, konnten wir gestern nur eine halbe Stunde trainieren und dann eine taktische Einheit absolvieren. Dann habe ich gespürt, die Jungs haben es verstanden, jetzt müssen wir es nur noch auf den Platz bringen. Die Art und Weise, wie sie heute Opfer gebracht haben, der Mut, mit dem sie gespielt haben, war sehr, sehr gut. Ich verstehe die Kritik, bis auf die Kritik, die unter die Gürtellinie geht. Alles, was mit Fußball zu tun hat, schätze ich. Als ich hier den Vertrag unterschrieben habe, wusste ich, dass ich im Rampenlicht stehen würde. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.